Diese Saudi-League tut Ronaldo nicht mehr gut, ne? Ich mag den, aber mittlerweile ist einer zu viel. Wir haben gestern gegen Al-Helal gespielt. Der hat schon sowieso Kabelbrannt, weil der jedes Mal gefühlt gegen die Leiter verliert. Und kam da dieser NPC, der schon mal Welle gegen Ronaldo gemacht hat. Auch Welle gegen Messi bei der WM. Und dann sind die Sicherungen durchgebrannt bei Cristiano. Und nicht nur hier kam der Schildescher zu Cristiano. Hat den rot gegeben, der wollte noch irgendwas umdrehen. Guck mal hier. Der wollte einfach Schwinger werden und hier ist der noch am Ende, glaube ich, persönlich gewonnen. Da kommen hier langsam viel zu viel zusammen. Diese Sonne da drüben tut dem, glaube ich, nicht gut. Und ihr dürft nicht vergessen, was er noch letztens gemacht hat mit dem Schal, wo der den einfach auf die Cojones genommen hat. Als wäre das alles nicht genug. Bei dem Spiel gestern soll noch diese eine dabei gewesen sein, wo Ronaldo bei der WM rausgeflogen ist. Und die meinte dann, Airport this way! Die soll auch gestern bei dem Spiel gewesen sein mit einem Al-Helal-Trikot. Ich sag's euch, Ronaldo kriegt auch bald wegen der grünen Haare, ne? Problem ist, hier kann man das nicht ganz nachvollziehen. Das hätte auch ein älteres Foto gewesen sein können mit dem Trikot. Aber eins kann ich euch sagen, portugiesische Liga wäre, glaube ich, das richtige für die... oder irgendwo anders noch angreifen, würde besser kommen als...